Am 16. April 1746 ereignete sich in der Stadt Utrecht in den Niederlanden ein eigenartiges und unvergessliches Ereignis. In jener Ära, im Zuge der Fortschritte in Wissenschaft und Technologie in Europa, fanden verschiedene Erfindungen und Experimente statt. In diesem Zusammenhang führte Peter van Muschenbroek, ein renommierter Physikprofessor an der Universität Utrecht, Forschungen zur Übertragung und Speicherung von Elektrizität durch. Van Muschenbroek platzierte für ein Experiment einen metallenen, geknöpften Stab in einem mit Wasser gefüllten Glasgefäß. Anschließend positionierte er eine Elektrode oben auf dem Gefäß, mit der Absicht, sie zur Sammlung von atmosphärischer Elektrizität zu verwenden. Während des Experiments verspürten van Muschenbroek und sein Assistent jedoch unerwartet eine elektrische Ladung, als sie versuchten, den Abstand zwischen der Elektrode und dem Knopf zu verringern. Diese Ladung überraschte die Experimentatoren und erzeugte auf gewisse Weise einen Schockeffekt. Dieses Ereignis löste die Entdeckung des Leidenglases aus. Das Leidenglas, als erster Kondensator bekannt, wurde entwickelt, um elektrostatische Energie zu speichern und später freizusetzen. Diese Erfindung ebnete den Weg für viele weitere Experimente und Entdeckungen auf dem Gebiet der Elektrizität und trug maßgeblich zur Entwicklung der Elektrowissenschaft bei. Das Ereignis an der Universität Utrecht markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Wissenschaft und repräsentiert eine grundlegende Erfindung im Bereich der Elektrizitätsspeicherung.